Faschings feiern in tollem Ambiente! Das sind die sechs tollen Tage auf dem Marktplatz in Coburg. Am Samstag, 14. Februar, ab 16 Uhr. Das große Radio 1 Faschings-Event mitten in Coburg. Karnevals-Groove am Faschings-Samstag mit DJ Rico Böhme und vielen Highlights aller beteiligten Faschings-Fereine aus Coburg Stadt und Land. Ein Muss für alle Partygänger am Faschings-Samstag. Bergmarktplatz Coburg ab 17 Uhr und danach geht's in die Coburger Kneipen.